Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. In der letzten Folge haben wir die Quest von Poppy abgeschlossen und ich würde mal sagen, machen wir heute doch mal mit der Hauptstory weiter. So, im Aufträge. Sprich mit Amit über Koboldogak. Okay. Dann machen wir das nochmal. Die Mine, die Lohgott entdeckt, befindet sich südlich von Hogwarts auf der anderen Seite des Sees. Amit wird uns dort treffen. Aber andererseits ist Schatten der Mine in der Liste hier vorne. Okay, da steht Stufe 22 und hier steht Stufe 21. Also machen wir erstmal Koboldogak. Machen wir alles nach der Reihenfolge. Kann ich mich auch irgendwie schneller porten? Das ist die Karte von Hogwarts. So, hier. Guck mal, hier ist eine Prüfung der alten Magie. Dann würde ich das einmal machen, weil wir ja eh dort in der Nähe sind. Damit wir auch unsere Magieleiste irgendwann mal erweitern. Hallo, wie schön Sie zusehen. Ja, finde ich auch sehr schön. Ich muss in diese Richtung. Volle Vergeudung meines Talents. Erstmal möchte ich meine Zauber ein bisschen... Ich glaube, ich muss meine Zauber mal ein bisschen überarbeiten. Ähm... Ja, gut. Machen wir mal so. Ähm... Brauche ich ja jetzt eher nicht so, ne? Bombardier... Und eben... Deposo. Und da unten muss ich hin. oh gott ich glaube ich mache zuerst mal die ganzen dinger weg ich habe gegner gesehen aber keine ahnung das ist das andere nicht so ein kürzlich das so wo ist denn da noch da oben okay ich glaube da muss ich von der anderen gibt es hier vielleicht noch eine spinne das war gar nicht so schwer die tief nicht ja ob wir das auch wirklich brauchen schon hier und sagen angeblich sei hier noch nicht naja Mega-Power-Trank. Ja, da brauche ich wieder ein bisschen. So, dann einmal. Nein, auf der Karte möchte ich. Auf der Karte möchte ich. Auf der Karte. So, dann einmal hier hin. Oder hier hin? Ich denke mal, von hier aus ist es schneller. Ich glaube, ich kann fliegen. I believe I can touch the sky. Keine Ahnung, was ich deren Meinung nach hier sehen soll. Ich muss rumfliegen. Es ist ein weiter Weg. Ich glaube, ich hätte den anderen nehmen sollen. Oh, da unten ist eine Seite. Rebellion. Falk hat einen Schatten Bahnhof von Hogsmeade. Dieser Bahnhof steht seit Anfang des 19. Jahrhunderts hier, als die Zaubereiministerin... Dieser Bahnhof steht seit Anfang des 19. Jahrhunderts hier, als die Zaubereiministerin Hoteline Gamble eine Dampflokmotive erwarb, um Schüler nach Hogwarts zu befördern. Der Bahnhof entstand in Hogsmeade praktisch über Nacht, kurz nach der Ankunft des Zuges. Bei der Operation wurde viele Vergessenszauber auf Muggelarbeiter angewandt und der größte Massenentarnungszauber, der je in der Geschichte von Großbritannien durchgeführt wurde. So, bisschen unbeschrieben, umgedichtet und zur Zaubereiministerin... Wörter. Oh, Luftballons. Wollte Rebellion wirken. Rebellion. So. Eins. Zwei. Drei. Na... Vier. Da ist die Nummer fünf. Ich bin am überlegen, ob wir vielleicht die Maps auch auf 100% machen. Was ist denn hier meine Aufgabe? Aber. Es ist eh. Protego. 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 Schön, dass es hier Schmetterlinge gibt, aber es muss noch da unten. Warte kurz, warte kurz, warte, guuuuut. So, jetzt. Aua. Da unten sind die anderen zwei, ok. Dann. Aua. 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 Ich muss das machen, damit ich das freischalten kann. Da sind die anderen Schmetterlinge, ok. Wir machen mit der Hauptstory weiter. Ich erstmal komplett überall woanders. Es wird euch anzulasten sein, wenn unsere Erwartungen abheben wie Testrale. Es wird eure Schuld sein, wenn wir alle viel zu früh ins Grab finden. Da hinten sind die anderen Schmetterlinge, ok. Da hinten sind die anderen Schmetterlinge, ok. Kommt her, meine Freunde. Die Sache ist noch. Wie kriege ich euch da hoch? Ach, schön. So, du musst noch befreit werden. Alohomora. Du bist feig, Knuddelmuff. So, dann war da unten ja noch eins, ne? Toll und dann vielleicht mal wieder hin. Boathego. Bombarde. Geflüchtung. AQ. Kothego. Boathego. 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 Poathego. Boathego. Wenn man vorher mit der Switch gespielt hat, dann drücke ich immer die falschen Tassen. Genau auch andersrum. Komm schon, ich muss das ja nur da rein stülpen. So, ähm. Und? Na fast. So. Und da muss ich doch auch, muss ich mal sagen, die Herausforderung abgeschlossen haben. Beim Erkunden. Okay, da muss ich noch 5 machen. So, das machen wir mal. Abgeschlossen. Muss ich noch 7 machen. Und hier beim Kampf. Oh, ich muss noch 97 Spinnen besiegen. Okay. Kriegen wir hin. Neu Inventar, Platz freigeschaltet. Hoppala. Äh, das wollte ich nicht. Einfach die Hälfte der Steuerung wieder vergessen. Aber jemals zur Quest kommen. Die Schmitterlinge-Quest. Die Schmitterlinge-Quest. Währenddessen hier auch noch eine Ruhe ist. Kufi mit Quester. So, liebe Schmitterlinge. Ich folge euch. Geschwind. Ich sehe schon, wir kommen heute nicht mal zur Quest. Aber es muss ja auch mal sein. Falls ich die Maps wirklich mal auf 100% machen möchte. Dann. Kann man sowas nicht vermeiden. Bleiben sie wieder Luftballons. Oh Gott. Und wieder Mehrdienstprüfungen. Hm. So, komm schon. Oh, die sind wir in den Prüfung magisch. Warte. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Weil das ist einfach nur zerstört. Ja, wo ist hier noch was? Im. Oh nö. Sieht interessant aus. Wunderschönen. Wunderschönen. So, ich würde kann man eine Quest machen. Wo hat sich denn der letzte versteckt zum Zerstören? Das ist einfach nur zerstört. Neh. Gut, dann. Dann auf ein neues. Aha. Amit war bestimmt schon mal hier. Könnte nachts benutzt werden. Ist nachts. Ah, die Steuerung. Beziehungsweise ich die Steuerung. Ist jetzt nachts. Ich merke keinen Unterschied. Ein Steinbock. Wo muss ich es denn aktivieren? Dann muss ich es aktivieren. Oh, okay. So. Ah, da ist direkt das Erste. Okay. Kommt rein. Wo ist das Zweite? Da oben. Ich glaube, da kommt es sogar mit dem Besen hoch. Das ist das Andere. Okay. Und dann ist das auch abgeschlossen. So was geht echt schnell. Ich möchte auch nur zu meiner Quest jetzt. schon wieder eine Merlingsprüfung. Aber es liegt auf dem Weg. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. So, ich muss, ähm. Ich bin nicht blöd. Von hier aus hätte ich anfangen müssen. Ja, stolz, dass ich geschütet habe. Ich bin nicht blöd. Ich bin nicht blöd. Ich bin ja. erst mal ich bin hier besiegen noch und dann ist die folge so gut wie vorbei und ich habe wieder eine folge um so dann möchte ich mal sagen speichere ich jetzt mal an der stelle und sage an dieser stelle auch wieder dankeschön für zuschauen und bis zum nächsten mal bei hogwarts legacy bis dahin tüdelü